So, heute nochmal ganz offiziell, herzlichen Glückwunsch, Herr Jürgen Köhler zum neuen Weber Grill. Bei allen anderen, die teilgenommen, aber leider nicht gewonnen haben, möchte ich uns nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Gerne könnt ihr uns ein kleines Feedback anlassen und uns erzählen und uns schreiben, wie euch das Gewinnspiel gefallen hat. Habt ihr Fragen rund um das Thema Immobilien oder benötigt ihr eine kostenfreie Immobilienbewertung, schreibt uns einfach info at lean-immo.de oder kurz per WhatsApp. Nicht vergessen, YouTube-Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank.